So, ich habe gerade das Review zum neuen Gran fertiggestellt und damit man sich ein bisschen besser was darunter vorstellen kann, haben wir beschlossen, mit Unterstützung meiner reizenden Frau, ein kleines Video zu drehen. Und da ist er. Das größte Lego Technik Modell aller Zeiten. Über 4000 Teile. Wir holen ihn mal ins Bild, dass wir ein bisschen davon sehen. So, wie gesagt, 4000 Teile. 230 Euro etwa. Und geschätzt 10 Stunden der Aufbau. Vielleicht ein bisschen mehr. Ich habe immer wieder Bilder dazwischen machen müssen, deshalb ist es schlecht einzuschätzen. Und eine ganze Reihe an tollen Funktionen. Geräte hat er. Beide Achsen belenkbar. Hinten die Lenkung als Rad ausgeführt. Finde ich nicht schlecht. Die haben oft ein Zahnrad hier hinten dran. Ich finde das Rad ein kleines bisschen unauffälliger und mit der Gummierung greift sich das auch ganz gut. Und es geht erstaunlich leicht zum Lenken. Dafür, dass das Ding hungsschwer ist, ist es fast wie wenn eine eingebaute Servolenkung hätte. Durch die zwei Achsenlenkung hat er einen relativ kleinen Wendekreis. Dann haben wir einen 8 Zylinder Dieselmotor verbaut. Ein Lego Technik Standardmotor. Ich vermute, dass es ein Diesel sein soll. Der Unterschied ist nicht wirklich schlecht zu erkennen. Was ich nicht schlecht finde, ist die Übersetzung hier. Auch, dass sich das Lüfterrad relativ schnell dreht, schon bei kleinen Geschwindigkeiten. Gefällt mir ganz gut. Ist auch nur eine Kleinigkeit. Was man sieht, man kann das hier relativ einfach drehen. Ist ein kleiner Nachteil. Da hätte man, wenn man jetzt im Fahrbetrieb ist, eine kleine Sperre oder Verriegelung reinmachen können. Weil sich der, wenn man Kurven fährt, auch entsprechend mit dreht. Das Ganze wirkt ein klein wenig Lommelig. Vielen Dank. Wenn man hier den Hebel, da sehen wir auch gleich, für die motorisierte Drehbewegung reinmacht, dann blockiert es über das Getriebe. Aber auch nur ab einem bestimmten Grad. Das heißt, wenn man fährt, wackelt es immer noch recht ordentlich. Also das wäre für mich so der einzigste Makler, wo ich denke, das hätte man gleich leichter abstellen können. Zumindest für den Fahrbetrieb. Wenn man nachher zu den Funktionen kommen und zur Bedienung, wird man auch sehen, dass das ein ganz fantastischer Vorteil auch ist, der mir ausgesprochen gut gefällt, wenn man mit dem Ding dann auch spielt. An den Ecken haben wir die vier Stützen, auch motorisiert ausfahrbar. Gesteuert werden sie über den Hebel in der Mitte. Auf der anderen Seite ist dann der Hebel für die Drehbewegung von dem ganzen Kranaufbau. Und dahinter jeweils noch ein kleines Fach. Hier mit Werkzeugdring. Und auf der anderen Seite mit Ketten. Finde ich sehr geil. Ist eine lustige Idee und gut umgesetzt. Die Ketten sind vielleicht ein bisschen klein. Ob man damit jetzt wirklich was anfangen kann, ist fraglich. Aber von der Idee her finde ich ein sehr tolles Detail. Oben der Kranaufbau. Die Bedieneinheit als Gegengewicht zum Kranarm ist sehr schön ausbalanciert. Also auch wenn er dann auf voller Länge ausgefahren ist. Der Kranarm selber ist 90 Zentimeter lang. Das heißt, wenn man den dann ausfährt, wie wir gleich sehen werden, sind es schon gewaltige Dimensionen. Bedieneinheit mit der Steuerung vom Kranarm. Die unteren haben wir gerade schon gesehen. Mit dem Hebel schaltet man um zwischen der Bedienung von dem Kran, also dieses Paneel hier, diese Schaltung und auf der linken Seite dann die unteren Funktionen. Das heißt, das muss man sich raussuchen. Kann man sich hier raussuchen. Die Batteriebox blockiert in eine Richtung. Das heißt, ich kann die nur so rum einschalten. Klar, damit sich der Motor immer nur in eine Richtung dreht und die Angaben hoch, runter, rechts, links, raus, rein auf den Beschriftungen immer stimmen. Was ich auch sehr schön gelöst finde, ist, wenn man diesen Pin hier zieht, kann man das hochklappen und kommt gut an die Batteriebox hin. Man muss diese kleinen Clips hier raus machen. Auf der anderen Seite auch. Und dann kann wir die rausziehen, zum Beispiel zum Batteriewechsel. Wie wir sehen, ist ein L-Motor verbaut. Könnte man sich auch zunächst denken, ein riesen Modell wie so ein L-Motor und nicht ein XL-Motor. Der XL-Motor ist stärker vom Drehmoment. Der hier hat die höhere Drehzahl. Und die höhere Drehzahl ist hier wichtig. Über die Übersetzungen hat er von der Kraft her kein Problem. Das bewältigt er sehr gut. Wenn wir einen XL-Motor nehmen würden, dann würde das Ganze etwa um die Hälfte langsamer ablaufen. Ich habe mal geguckt. Der L-Motor ist tatsächlich auch der teuerste, den Lego Technik im Angebot hat. Der XL-Motor ist etwas günstiger, zumindest wenn man sie bei Lego kauft. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass Lego hier gespart hat und hier einen kleineren Motor verbaut, weil sie gesagt haben, das reicht schon für den Kran. Das ist aus meiner Sicht genau die richtige Wahl hier. Also, fangen wir mal an ihn zu benutzen. Hier vorne haben wir Unterlegplatten für die Stützen. Um das Gewicht besser zu verteilen, wenn er mal im Matsch steht. Finde ich eine sehr tolle Idee und auch der Platz hier, wo sie aufbewahrt werden, ist fantastisch gelöst. Motor an, umschalten auf die Stützen und ich sehe es nicht, aber das ist raus. Wenn nicht, wird es jetzt auch übel kracken. So, perfekt. Hier passen sie auch noch nicht. Also, ich habe es mal gemessen. Dauert etwa, man hört es jetzt. Jetzt sind sie in der Begrenzung. Gefällt mir nicht so gut bei den Zylindern, die hier verwendet werden, aber ist nun mal so bei Lego Technik, dass sie am Anschlag eben dann quasi durchdrehen und es so knackt. Ich habe es mal gemessen. Die Zeit, bis die Stützen ausgefahren sind, sind knapp 25 Sekunden oder so. Mag manchem vielleicht zu langsam sein. Insgesamt die Funktion hier. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde es auch sehr realistisch. Wenn man den Kran in groß hat, geht es auch nicht viel schneller. Maßstab gerecht gesehen. Insofern passt es eigentlich ganz gut. Gleiche Zeitdauer machen wir wieder an. Schalten hier um. Übrigens für das Hochfahren von dem Kran da haben. Also, auch hier brauchen wir etwa eine halbe, knappe halbe Minute, bis er komplett in der Endposition ist. Mit zwei Technikzylindern gesteuert. Ich finde, die machen das gut und scheinen damit auch keine Schwierigkeiten zu haben. Also, es ist jetzt nicht so, dass der Kranarm zu schwer ist oder die Zylinder dann zu schwach ausgelegt werden. So, jetzt sind wir fast oben. Lassen wir den Haken gleich ein bisschen runter, bevor wir den Kranarm voll ausfahren. Also, es sind knapp drei Meter Schnur verbaut. Also, schon ganz schön ordentlich. Und wenn man ganz ausgefahren ist, dann brauchen wir die auch schon fast. Sehr schön anzuschauen. So, wir haben drei von diesen Momentenbegrenzungszahlenrädchen übrigens verbaut, im ganzen Modell. Und das eine kommt jetzt hier in Anschlag. Machen wir es mal aus. Das ist der Kranarm komplett ausgefahren. Spaß. Okay, eins können wir hier gleich zeigen. Komm mal her. Was ich sehr, sehr cool finde, ist die Schnur, wie sie aufgewickelt ist. Die läuft über zwei Rollen, die sich hier frei bewegen können. Zwei Umlenkrollen. Und wickelt sich dann auf diese Rolle hier automatisch auf und ab, wie man es hier sieht. Und ich habe das jetzt schon sehr, sehr lange laufen lassen. Und es funktioniert in beide Richtungen wirklich gut. Das heißt, dreht am Anschlag wieder rum und man hat hier keinen Schnurrsalat oder irgendeinen Knäuel, sondern hat hier ein ordentlich aufgewickeltes Stahlsaal. Was wir uns auch noch gleich anschauen können, wenn wir hier schon in der Nahaufnahme sind, die H-Schaltung hier von den Bedieneinheiten ist hier abgerundet. Das heißt, auch wenn der nicht perfekt positioniert ist, der Hebel, rutscht der quasi in seine Position rein. Und das vereinfacht die Bedienung auch noch ein bisschen. Ja, das war jetzt ein bisschen hakelig. Aber wenn wir hier scharfe Kanten hätten, würde das durchaus schlechter funktionieren. Die einzigste Funktion, die wir noch nicht gezeigt hatten, ist die Drehung von dem ganzen Kram. Wir schalten nach unten um und schalten das ein. Habe ich auch mal gemessen. Er braucht, glaube ich, eine knappe Minute, bis er einmal im Kreis rum ist. Geht relativ, also dauert also relativ lang. Und man sieht es, er ruckert ein bisschen. Er liegt für mich an der Konstruktion und an der Technik, die man verwendet. Das Ding ist mordschwer. Wir haben hier ein Spiel in den Zahnrädern, in den Achsen, die verwendet werden. Und er wird hier immer erst ein bisschen Kraft aufbauen und dann nachrücken. Also aus meiner Sicht ist das mit Lego Technik in den Dimensionen einfach nicht anders lösbar. Ich habe selber mal was ähnliches gebaut. Ich hatte das gleiche Problem. Schön zu sehen, dass die Technik-Designer das auch nicht lösen konnten. Und meine stundenlangen Tüfteleien nicht umsonst zu nichts geführt haben. So, der hat jetzt hier schon eine Runde gedreht. Stellen wir es mal wieder ab hier. Und kommen gleich zu einem ganz großen Vorteil aus meiner Sicht. Wenn man nämlich den Hebel auf Neutralstellung legt, kann man den ganz einfach von Hand drehen. Dass es ein bisschen wackelig ist während dem Faden, haben wir vorhin schon gesehen. Aber vom Spielen her, wenn ich damit nur den Kranarm bediene und das Schwenken selber übernehme, finde ich, ist das eine fantastische Lösung. Ohne, dass man hier dann ständig umschalten muss und zuschauen muss, wie er sich langsam dreht. Alles andere macht mir persönlich Spaß zum Zuschauen. Passt auch von der Zeit her. Und ich denke, dass das mit dem Drehen tatsächlich ein bisschen lästig wäre, wenn man es nicht manuell machen könnte. Dann gibt es viele Details, viele Kleinigkeiten, lassen wir hier ein bisschen auf, die einfach nett umgesetzt sind. Da kann man nichts anderes sagen. Also hier ist ein Feuerlöscher, nochmal eine Version von einem Feuerlöscher, ein kleiner. Und auch die Tür hier zu dem Führerhaus ist mit ganz einfachen Elementen hier montiert und lässt sich so nach hinten schwingen. Und ist feste zu. Gefällt mir auch sehr gut. Man sieht hier einen Haufen Aufkleber dran. Es sind tatsächlich 72 Aufkleber. Das ist ja immer ein heikles Thema bei Lego. Bei manchen Modellen finde ich, passt es besser. Bei anderen ärgert es mich auch ein bisschen mehr. Bei dem hier hat es mich gar nicht so sehr gestört, wie die Anzahl auch vermuten lassen könnte. Es ging irgendwie im Bauen unter. So ein bisschen wie bei Speed Champions. Ohne Aufkleber wären die wahrscheinlich auch nicht das, was sie sind. Insofern, ja, es sind viele. Ob man alle anbringen muss, kann sich jeder selber überlegen. Ich mache es immer. Und wie gesagt, war auch jetzt nicht weiter. Nicht wirklich tragisch, fand ich. Eins noch. Das letzte. Jetzt nochmal. Ich hole es mit ins Bild. Vier Wände sind nämlich auch noch mit dabei. Ich habe die gesehen. Ich habe die aufgebaut. Aufbau macht Spaß. Ist mal ein bisschen was anderes. Von den Farben her zumindest. Und relativ einfach aufgebaut. Ich habe die gesehen und habe gedacht, naja, so ein halbes Haus. Was macht man damit? Klar, es ist so ein bisschen zum Spielen gedacht mit dem Kran. Aber auch da muss ich sagen, wir haben das probiert. Ich habe das mit meinem Sohn probiert. Wir haben ein bisschen damit gespielt. Und es passt perfekt zu dem Kran. Es ist richtig cool, das Ding an den Haken zu nehmen. Und damit einfach diese vier Wände zusammenstellen. Und klar, es braucht keine Zeit, bis das Ding unten ist. Aber macht, wie gesagt, Spaß. Macht Spaß, dem zuzugucken. Und dann von einer Seite auf die andere, die vier Wände. Man kann ja diese Steckfinze hier weg machen. Auf die anderen Wände drauf. Man kann dann das ganze Ding entsprechend zusammenbauen. Die sind nur ineinander gesteckt. Man sieht, wir finden es hier oben. Und so Achsenfinze hier unten. Das heißt, wenn es dann dasteht, kann man versuchen, das von oben reinzulassen. Und dann direkt an die richtige Position zu bringen. Hat mich wirklich überrascht, dass dieses kleine Teil, diese einfachen vier Wände, doch zu einem großen Spielspaß beitragen. Also passt hervorragend dazu. Das ist also der neue LEGO Technik-Kran. 42082, das größte LEGO-Modell aller Zeiten. Über 4.000 Teile. Ich finde ihn sehr toll. Er hat keine neuen Teile oder exklusiven Teile, keine neuen Techniken. Das braucht er aber auch gar nicht. Hat alles mit dem Bestehenden fantastisch umgesetzt. Mit viel Liebe zum Detail. Nur zwei Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Zwei kleine Macken, zum Beispiel, dass er hier ein bisschen wackelig ist. Sonst für mich absolut perfekt. Mit hohem Spielspaß. Zum Aufbau sollte man LEGO Technik ein bisschen mögen. Sonst können die zehn Stunden sehr, sehr lang werden. Aber wenn man dann hat, ja, sehr, sehr großer Spaß. Machst du schon? Ich mach weiter. Eins, zwei, drei. Cool. Okay. Gut? Ja, ohne LEGO. Kommt alles in die Outfits. Du sagst, wenn es losgeht. Jetzt geht es los. Okay. Ich glaube, wir kriegen viele Outfits zusammen. Da ist er. Das größte LEGO Technikmodell aller Zeiten. Über 4000 Teile. Vielleicht soll ich mir doch ein bisschen Text überlegen. Wie machen wir es? Wie groß hat er das Hintergrund gemacht? Ich finde ihn fantastisch. Und er hat einen enorm hohen Spielfaktor. mit extrem durchdachten Funktionen und gegebenenländen. Stimmst du eigentlich auch nicht? Nein, das habe ich alle. Hier geht es darum, dass man im Video einfach die Funktion und man ein bisschen vorstellen, was er alles kann. Vier Räder hat er. Hier hinten die Lenkung. Meine Frau ist übrigens ein großer LEGO-Fan. Vier Räder. Ja. So, ne, Adrian. Und ich höre deine Tochter schon. Ich auch. Ja. Ja, das geht so. Mach schon mal. Ja. Fahrrad verloren. Fahrrad verloren. Was wollte ich jetzt sagen? Stützen sind ausgefallen. Ich habe... Schöne? Ja. Ich habe es mal gemessen. Die einzige Funktion, die wir noch nicht gezeigt hatten. Fertig? Ja, ja. Ich habe noch eine Frage. Die bestimmt alle Kinder dieser Welt. Ich bin so... Dreh den mal noch ein Stück. Ne, andere... Ah, so, ja. Ne, besser so. Ja. Kann die leuchten? Und blinken? Nein, leuchtet nicht und blinkt nicht. Sehr schade. Nur ein Ziel-Element. Sehr schade. Wenn du dich ein bisschen mit Lego auskennen würdest... Tue ich nicht. Das stimmt. Nein, kann man dir auch keinen Vorwurf machen. Das ist ein einfaches Element, das nicht leuchtet und nicht blinkt. Okay. Das ist ein einfaches Element, das ist ein einfaches Element, das ist ein einfaches Element.